willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of 99 prozent mit mir dem torsten und ja gucken wir uns mal an der klaus kinski der marco greift hier sehr sehr gerne mit echt vielen golems an hexen bowler im gepäck also im moment ratos 10 ist schon relativ dominant muss ich sagen was diese angriffstaktik angeht ihr habt das mit sicherlich auch bei ihm zu gesehen im moment pecker hexen unheimlich stark hier also je nachdem wie man das ganze einsetzt und er setzt das ganze immer ganz gern mit golems ein das weiß ich das hat im ratos 9 bereich auch schon so gemacht und das kann man sich auch immer nett weg kopieren also auch im ratos 9 bereich könnt ihr euch so eine armee hier einfach mal bauen drei golems hexen go habe ich schon öfter mal gemacht und war damit auch erfolgreich und hier im rathaus 10er bereich mit dreier hexen und was hat er denn eigentlich okay hat die die golems noch auf vier also das ist noch ratos 9 niveau nimmt also keinen trank hier das macht aber nichts das muss man nicht unbedingt aber helden sind auch schon auch hatte auch schon auf 32 ok der ich sehe gerade der markus genauso weit wie meine beiden also wie donnerbengel und alex naja mal sehen mal sehen wir das hier wer das hier reißt muss man ja mal so sagen und es werden nicht nur 99 das kann ich euch heute versprechen da seid ihr jetzt total auf dieses clickbait reingefallen aber die 99er sind schon sehr sehr ärgerlich muss muss man so sagen dass wir es selber und der ezu hat auch mal auf einen meiner kommentare geantwortet und hat geschrieben 99 sind schwerer als 100 ja das das stimmt wahrscheinlich das ist wahrscheinlich auch war vor allen dingen wenn du hier überhaupt keine verteidigungsgebäude mehr hast da ist es noch eine kanone hier unten geht noch der king und ja da ist hier er hat nichts vergessen nichts vergessen aber die doofe kanone da okay die kann ohne ich habe den angriff noch nicht gesehen aber ich habe es heute gehört dass er das so gemacht hat aber ich will mal sehen wie ich mich mit meinem 10er hier geschlagen habe denn ich hatte tat kräftige unterstützung von jemand bei meinem angriff denn ich wusste auch nicht genau wie mache ich den jetzt eigentlich auch ist das unglücklich okay alles klar das ist ja okay das ist noch ein kanonchen also es ist noch eine kanone aber trotzdem ich glaube es war ein cool angriff aber mal sehen wie wir uns hier weiter geschlagen haben im 99 oder eben 100er bereich okay der chef koch ja den haben wir im live stream gemacht am mittwoch da habe ich ja gesagt ich gehe hier ganz ganz bewusst über diese ecke hier vor denn hier hier ist der flächenschaden und hier sind nur noch luftabwehren und ein wenig punktueller schaden das heißt also die luftabwehren sind so weit weg das heißt ich habe mal wieder einen pecker walk benutzt also im rathaus neuen bereich glaube ich ist das auch noch immer noch eine coole kombination pecker walk hier durch und auch dieses sage ich immer sehr sehr gerne die truppen zieht es jetzt die truppen zieht es jetzt zu den helden hin das heißt also hier ist eine queen hinter einer mauer aber die truppen werden dahin gezogen sie wollen unbedingt den helden machen und deswegen war ich mir hier bewusst hier geht in jedem fall was durch also es gehen hier meine truppen mit heilung komplett hier durch diese mauer durch vor allen dingen ja wie gesagt die wollten die die wollten einfach mal ein bisschen die queen haben und jetzt habe ich jetzt kriege ich den flächenschaden vor allen dingen schon das richtig nice die vier magier typen hier ich glaube ja ich weiß gar nicht mehr ob ich alle bekomme aber ich glaube king jetzt erst gezündet und ihr seht elver king 13er queen also auch mit so gar nicht mal so hohen helden hier kannst du ein bisschen was reißen und die pecker hier jetzt immer noch in heilung denn es gibt keine luftabwehr dieser welt die im moment hier die peckers machen ich bin jetzt von hinten dann mit meinen hocks reingekommen denn hier sollte ein bisschen pecker überleben und der eine bowler also hier hinten mit den hocks reingespampt und dann heilzauber immer noch hier die peckers in heilung das ist richtig krass jetzt kriegen sie so ein bisschen beschuss die heiler zumindest aber erst luftabwehr ist schon mal weg und zweite luftabwehr jetzt geht es um jetzt wird es ein bisschen enger also die luftabwehren hier wären jetzt ein bisschen nicht dünner aber da noch eine luftfalle jetzt ist auch nur noch ein heiler da und mein elver king alter wie weit mein elver king gekommen ist eine luftabwehr hier stand natürlich auf boden ich habe auch erst gesagt die maße mit luft aber die wäre vielleicht auch ein bisschen mit mit drachen gegangen also irgendwie zwei las weg blitzen ein bisschen was mit den helden holen und den rest mit drachen machen aber ich habe wirklich gedacht das musst du hier irgendwie mit den hocks und den peckers packen allerdings hatte ich jetzt keine hocks mehr ich hatte keine hocks mehr okay also ich mache ich mache euch das mal ein bisschen schneller und die pecker brauchen hier natürlich durch diese max rathaus 9 mauern immer so eine kleine gewisse zeit ich hatte hier noch ein bisschen bisschen clean ab ich glaube ein laki oder sowas also mal wieder viel zu wenig hier hinten hätte ich auch in der ecke schon mal anfangen können hier an dem an dem lager beziehungsweise an der dunkle zauberfabrik bisschen mit clean up denn am ende hat mir auch naja zwei sekunden gefehlt oder so weiß ich nicht ich habe es ich habe schon während des angriffes zu sehen aber der war im live team hier auf twitch und 99 also es gibt immer noch kleinere steigerungen die gucken uns in jedem fall mal jetzt an relativ frisch noch der rathaus 11er billy der war ja schon mal bei uns ich hatte ihn dann irgendwann gekickt weil er irgendwie seinen angriff verbaselt hat oder so aber er ist wieder da und ich habe auch diesen angriff noch nicht gesehen ich schaue mal wie er das hier geregelt hat also wie gesagt obwohl ich 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 sage gerade der gerade so billy der hat seine queen auch schon auf 50 auch nicht schlecht habt ihr vielleicht gestern im video gesehen meine mit avatar ist jetzt endlich auch auf 50 und mal sehen wie er das hier gerissen hat gegen den paar jahr so der clan enterprise 22 war übrigens oder ist schon ein paar level weiter mal wieder als wir ich glaube ich glaube wir haben in den letzten weiß ich nicht 20 30 ck nie ein clan gehabt der mal den gleichen level hatte wie wir und auch so aufgestellt war sondern wir mussten mal so ein bisschen rausholen oben haben wir in der regel ein kleines wenig kleines bisschen zu wenig rathaus zwölfer so dass unsere elfer immer ein bisschen oben ran müssen aber je nachdem der gegner muss ja auch angreifen und dann hofft man immer auf seine verteidigung also ich habe heute in elferdorf gesehen leute das stelle ich euch die tage mal vielleicht mal vor was wirklich wirklich nice ist ich test das jetzt aber erst mal selber am avatar und jetzt geht das hier mit meinen von der linken seite los also hier rechts geht noch ein bisschen mit ok der worden ist natürlich jetzt nicht bei den meinen ich weiß nicht ob das immer ein problem ist oder ob das kein problem ist aber scheinbar die kleinen truppen hier um den king vor allen dingen um die sind dem dem worten in jedem fall wichtiger der war ja auch da hinten in der ecke und die meiner hier auch auch schon auf level 5 hat er die donnerwetter der billy kommt auch schnell voran hier ich nehme mal an auch ein goldpass besitzer denn ja da haben wir in jedem fall den den king zumindest im goldpass skin denn dann kommst du ihr seht das ja bei meinem avatar heute hatte auch jemand gefragt oder gestern hat jemand gefragt gehst du gleich auf zwölf wenn du elf max bist nein das werde ich nicht machen ich werde erstmal ganz ganz brav alle mauer machen und so ein bisschen elfer elfer sein denn ich finde im moment ist das ist das interessanteste rathaus das ist auch nur meine meinung ist rathaus elf ist wirklich rathaus elf ist nicht das max rathaus zwölf sondern für mich ist das interessanteste rathaus im moment das rathaus elfer was zumindest die klankriege angeht also auch da bin ich so ein bisschen abgewichen vom neuner neuner spiele ich immer noch gerne zehner ist für mich auch in ordnung aber das elfer dorf da geht da da ja da geht so ein bisschen was muss ich sagen ich kenne es nun selber ich sehe sehr sehr ähnlich aus wie wie der billi hier und dementsprechend haben uns das gesteigert schon mal die ersten 100 prozent hier im sack ja und mit dem alex konnte ich ein bisschen ein bisschen tiefer erst angreifen erste angefahren drei stellen auf die 19 das war irgendwas mit infernos aber hier muss ich sagen wusste ich nicht genau ich halte das mal an wie ich hier vorgehe und dank dem irgendeinem hier der ganz ganz fett schon gml gespielt hat wir waren echt es war wirklich schon super super ultra spät habe ich gefragt wie kann ich wie kann ich den machen der hat ja jetzt noch noch so ein bisschen neuner der vier hat auch noch nicht ganz alles so hoch luftabwehren sind sind allerdings schon auf max level für den rathaus sena und ich habe hier keinen machtrang genommen ich habe keinen machtrang genommen auch wenn ich hier jetzt mit luft angreife aber ihr könnt mal schauen das können sich vielleicht die 10er mal so weg bin das war richtig cool ausgedacht muss ich sagen und es war fast eins zu eins so umgesetzt wie wir uns das vorgestellt haben also derjenige und ich ich ihr werdet ihr noch ihr werdet ihr noch sehen und zwar hatte der kollege hier am rand eine echt low tänzelnde queen level 6 queen mit dem rathaus 10er ja okay aber hier hatte ich schon ein bisschen sorge dass jetzt so ein bisschen was nach außen geht nämlich nämlich die queen als sie dann auf den bogenschützenturm ging ist aber nicht sie ist noch doch noch wieder reingegangen und king hier mit rein karre hier mit rein die karre muss es einfach ein bisschen reißen der king war einfach nur ein bisschen für ein funnel da hier unten schon mal den ersten lucky geworfen damit hier nicht irgendetwas über bleibt der king geht da jetzt aber hin und dann geht es hier weiter mit dem queen walk ne queen charge ist das queen charge geht immer in die base queen walk geht immer rum okay und ich hatte irgendwie valküren glaube ich in der clan burg um irgendwie so ein bisschen die mitte zu machen um dann nämlich danach so ein bisschen mit meinen luftruppen rein zu kommen da diese ecke hier jetzt auf blieb war es oder lag es sehr sehr nahe dass ich hier jetzt ein bisschen mit den loons reinkommen also immer 1 2 3 4 5 loons gesetzt ein hunter mit dazu sofort die eilzauber gesetzt dass die truppen hier ganz ganz schnell hier richtung mitte gehen das machen sie jetzt auch donnerwetter okay aber queen leider verloren okay der x-bogen ist auf boden das seht ihr da und da und ich habe an der stelle eigentlich schon gedacht alter es ist doch ein bisschen viel feuer hier die single infernos ballern natürlich richtig rein und zerfetzen da ganz ganz schnell mal meine lava hunde denn die habe ich ja nur auf zwei gehabt und die luftabwehr hier oder bleibt die luftabwehr stehen auch da auch hier habe ich erst dann ihr wisst das so mann 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 warum habe ich da nicht meinen zweiten gift genommen ja tolle wurst aber die loons waren jetzt hier noch gerade so so ein bisschen im eil ihr seht das hier gerade so und es hat die luftabwehr hier noch ebenso gerade so mal geschafft und dann ist das euch hier auch noch nur noch clean up gewesen also auch hier ja ich habe erst gedacht wird 99 aber nein wer am anfang die zeit gesehen hat der wurde oder der wusste das ist ein hundertprozentig ich glaube diese basis hier so ein bisschen das sind ja auch so ein bisschen so art kastenring basis mit luft hatte ich mir schon gedacht dass sie ein bisschen besser geht und aber ihr seht das hier an meiner truppen kombination 32 queen 30 king gerade mal so frisch rathaus 10 also schon ein bisschen mit netten mit netten truppen aber hier bin ich so ein bisschen mit 900 truppen unterwegs da macht es dann die masse das heißt du hast 240 kannst mehr loons mitnehmen als neuner ich habe auch den den kleinen hund hier noch nicht den babydrahen entschuldigung den kleinen babydrahen noch nicht gelevelt und alles ungelevelte truppen so kann man es machen ich glaube das war einer meiner nettesten rathaus 9 rathaus 10 angriffe die ich bisher gemacht habe auf solche basis hier mit only rathaus 9 plus 20 truppen ok 11 auf 11 jetzt wird schon ein bisschen spannender hier oben in dem bereich vor allen dingen denn da mussten wir ein bisschen liefern und mal sehen ob der rsa hier liefert ich bin wirklich mal gespannt wie er das hier gemacht hat ich hatte die ich hatte mit meinem elfer die die base sie so ein bisschen selber im fokus weil ich gedacht habe da da geht bestimmt irgendwas mit hocks oder so aber er kam mir so ein bisschen zuvor und die base war nicht markiert hier oder sowas also hat er sich diese base hier vorgenommen und kommt jetzt eigentlich über eine recht untypische ecke hier unten rein denn der angreifer möchte natürlich dass du von hier unten kommst hier ist der adler hier sind viele viele fallen und bomben aber sehen da kommt jetzt erstmal die clanburg raus und hier ist natürlich so ein kreuz hier um die clanburg um die beiden x-bögen ist natürlich ideal für einen sprung zauber kann man nicht anders sagen und er hat hier noch einen eis golem er hatte jetzt ganz ganz viele bowler am start hexen am start auch hier im rathaus 11 bereich sind die nicht zu verachten vor allen dingen die bowler sind nicht zu verachten denn die sind richtig krass hier wird jetzt gefriest beziehungsweise das war jetzt gerade der eis golem ich versuche euch das mal so ein bisschen festzuhalten der sprung geht jetzt in alle vier komparten hier rein also zu den beiden x-bögen und auch dann in dieses hauptzentrum hier in dieses hauptquadrat hier oben wo noch mal richtig viel verteidigung drin ist aber es springen hier ein paar truppen rein das ist ganz ganz wichtig magier damit bei hexen damit bei der worden ist hier mit drin jetzt noch mal die ganzen vielen vielen skellys denn wir haben hier noch etwas nämlich die diese olle tornado falle und wir haben hier vor allen dingen noch den single entfernung aber an der stelle wusste ich eigentlich schon war das könnten wenn das kein zeitproblem wird das könnten drei sterne werden auch wenn jetzt alles andere stirbt hier die hexen so lange wie die weiter spawnen mit ihren skeletten das packt auch dann der single entfernung hier nicht allerdings hatte hat er auch netten flächenschaden neben sich also zwei magertür noch mal hier auf die hexen die ganze zeit der erste magerturm ist weg zweite magerturm fällt noch nicht fällt noch nicht der worden ist immer noch guckt euch mal den worden an voll der worden ist einfach mal voll und jetzt ist er erst im fokus von dem inferno schafft er hin wie inferno irgendwie mit seinen truppen hier noch mal auf fett die riesenbombe aber auch das hält der worten hier aus und richtig toller angriff hier vom rsa auf die nummer 6 6 auf 6 das ist natürlich schon fast die halbe miete in so einem klankrieg und die volle miete hat uns glaube ich hier miss marpel mal gegeben also der marco mit seinem 99 am anfang das war sein rathaus zehntorf dieses ist ein rathaus elfdorf ihr wisst mancher spielen noch ein oder zwei account ich hier bei uns bei den herausforderern ist hier in diese rathaus 12 base mit immerhin dreier adler fünfer rathaus drei infernos die die noch nicht auf max sind ich glaube die sind so auf 45 45 glaube ich müsste ich nachschauen mit diesen ketten außen weiß ich jetzt gar nicht so aus dem kopf welcher welcher level das ist da kommt der sprung zauber und der sprung zauber kam mal so richtig richtig er kann mal so richtig richtig perfekte worden zündung an der stelle die karre ist einfach nicht weiter gekommen klar die fährt nur bis zum rathaus und es geht hier jetzt weiter das waren jetzt schon mal stabile alter das waren schon zwei sterne alles super denn die sarah hier auf der nummer drei die hatte noch noch keine defense die base doch doch die base hier hat schon eine def gehabt ich glaube mit 48 prozent von jemanden der war ein bisschen drunter war und marco also miss marple hier miss marple hat es gut gemacht gut recherchiert ist hier mit dieser kombi unheimlich erfolgreich muss ich sagen aber auch schon nur noch zwei helden level auf den king dann ist auch der max aber auch der geht hier oben absolut krass durch fast hochgeheilt hier der worden immer noch dabei die worden statue macht jetzt noch ein bisschen schaden und alter falter rathaus elf auf rathaus zwölf mit einem max rathaus also ein fünfer drei infernos das darf man nie verkennen da braucht jetzt keiner schreiben aber der war ja nicht max nee aber der marco ist ein rat aus elfer ja so muss man sagen und der hat noch mal eine schippe draufgelegt in diesem ck also 72 68 wir haben den echt verloren verloren gedacht denn hier oben hat nummer eins ganz nahen los beim avatar zugeschlagen ich hoffe ich muss mir meine neue base basteln hat nahtenlos hier die nummer zwei beim templar zugeschlagen aber wir haben hier unten super die fans ist hingelegt ich glaube der alex hatte ja auch im lifesteam 99 erst kassiert und danach erst dann von einem rathaus elfer hier die 100 prozent das ist dann nicht so schlimm aber auch ich habe zwei angriffe auf mich gezogen das darf das darf man nie verkennen wie viele angriffe ziehe ich von einem höher gelegenen rathaus auf mein dorf und okay ich jetzt kein ich wurde nahen los niedergemacht aber ich sehe dass der gegner hat dann irgendwann ich will nicht sagen kapituliert aber er konnte jetzt auch nichts mehr holen ich glaube die beiden hätten auch nicht nicht mehr wirklich was geschafft leider mussten wir niemanden gehen lassen okay die konnten jetzt auch nur noch ein bisschen scouten oder hätten sich den bonus geholt aber es war ultra knapp am ende so eine halbe stunde vor ende habe ich das eigentlich schon gesehen dann so nach dem motto mark kommt der afa haut hier noch mal einen raus auf eine level 10 base glaube ich habe ich mit dem afa noch mal angegriffen ich muss mal eben schauen ja der ist gerade raus auf die nummer 22 das war ein rathaus zehner die habe ich mit hox eben mal durch ritten aber das war dann glaube ich schon dass 68 67 68 67 sicher und 68 67 drei sterne noch danach passt das ein stern da der spritz sei auf die nummer fünf und ein stern der nevada noch mal rausgeholt drei von marple und der avatar hier ja dann passt das rsa dort also richtig krasses ding hier also nicht nur 99er lasst euch nicht von mir pranken hier ich bin ganz ganz bewusst auf dem alex aber ihr werdet morgen eine folge vom donnerwengel sehen auch rathaus sehen da sagt man bist darauf gespannt da geht es mal um ein ganz ganz anderes thema ich hoffe die folge hat euch gefallen wenn ja dann lasst mir am ende einen daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen glocke stellen am samstag sind wir live bis dahin euer toto wir haben Bis zum nächsten Mal.